Maxefaxe 2002 Da ist schon längst wieder weg Versteh' dich noch Dieser Daniel Fugzeh ist vielleicht noch da Komm leer Wo ist'n? Hey, der Anamari Komm leer Ich glaube, ich hätte er da feiert, aber ja Oh, hopp Benno, da muss ich... Benno, da Ah ne, das warst du gar nicht Hast du nicht da drinnen gewusst? Hä? Was sind die halt? Die verschwinden Oh, die haben wieder Geht davon Ich steh' mich jetzt da um die Eck Benno, Benno, bleib doch Ne, bleib doch Oh, jetzt bin ich... Sorry, Bro Nein, da werde ich dir real gerade Ich habe gerade einen Knack-Buschel Wer fehlt noch? Ich bin ja noch da Ja noch Oh shit Oh shit Oh shit Papa Komm hier wieder Hier wieder schießt von dem... Spawn raus Ja, na da Spieße an den Kopf geschmissen Ja, da muss ich... Benno, geht er weg Die hat... Der Wallhack A gemacht Macht nix Kann nix passieren Ich hab' keine Lust Ich hab' keine Lust Ich hab' meinen Kopf schießen Ja Such' mal was Die Re-Block haben dich von hier Und macht Triller-Triller Nö, ich hab's nur Jetzt gibt es eine Abkür Oh ne, der hat noch Ängste gehabt, der Helfer Platz... Nö! Ich hab' dich im Visier Erste Runde, gewonnen Ah, die... Die Wut runtergestuppt vom Punkt Gute Leistung von... High-Fire Gute Leistung Danke Klasse, Junge Klasse Danke, danke Das war halt so schön Bissl widerlich jetzt Der H&M-Katalog ist krassig Ich kann dann einfach verschwinden oder so Ja Der H&M-Katalog Der H&M-Katalog Naja... Sehr gut Da war der H&M-Katalog Oh, wer ist das? 5... 4... 4... 3... 2... 1... Nimm sie die Zielung ein Na ne, wir dürfen schon wieder, ohne Hanso, uah, das ist eckig, der Hanso hat mich getroffen, keine Weile. Ich bin tot. Oh, er hat Speedboost da. Auf den Punkt nochmal. Guck mal die Nettler auf den Punkt, hallo? Ich bin tot schon. Ich bin tot. Äh, hallo? Oh, Hilfe! Ja, neee. Habst du die Fehler? Hä? Fuck! Oh, ich treff nicht. Das ist okay. Agonyty. Der Highfire hat gerade McRee vergewaltigt. Haha. Der Highfire hat gerade McRee vergewaltigt. Stuttern in ne Ecke noch. Brrrr. Brrrr. Na, ist tot. Na, Melee, dann ne, doof. Hä? Na, ist noch jemand bei gelogen? Ne, schon lobe ich, ey! Ah, Alter, Quatsis! Uuh, die mach ich mir, dachte ich gerade drüben, die Speedboot, die Maxi. Na, ist gut. Na, kommen Sie! Scharfschütze, en cuidado! Wir haben euch bloß in der Holung vergeben. Ich... Ich... Ich werde nur vergewaltigt. Die ganze Zeit. Was denn da? Meistens mal die Giften mir ins Gesicht und die anderen die Pisse. Tot. Und noch Anna ist auf dem Punkt. Da ist die Anna. Anna, das ist Paksche. Kommt, Kenner. Oh, Barrioma Witteck. Die scheiß Evkwene. Hä? Jetzt gibt es eine Abkühlung. Mäh, hopp. Hm, das müsste man... Witte hat gewöhnt. Ja, das war halt ziemlich knifflig, der... So, wieder. Wieder einmal, gut die Leistung vom Highfire. Bannert. Bannert. Wird doch cool. Jawohl. So wird's sprayt, ey. Obwohl sie sich dann verstecke und er werft die Granat voll. Schnaßig. Oh, schlechte Nachrichten. Was? Was ist denn? Der Tee ist leer. Ja, das macht nix. Mit Teelicht. Und jetzt? Ja. Alle wollen wir essen. Der Neue. Ja, genau, ey. Der Neue mit Teelicht. Wow. Wannert. Wow. Wow. Mischluß nicht mehr so lange stehen, bis er kalt ist. Mach ich doch was falsch. Bei mir heißt es immer, mach mir das Stöfchen auch. Jo. Und mir auch so ins Stöfchen. Ja. Also, meine Mutter sah das. Und du machst aber nicht, ne? Ja. Sehr gut die Leistung. Sekunden. Das Jahr des Horns. Warum nicht das Jahr des Gasboxes? Ja. Ja. Ihr Abonnement ist abgelaufen. Jawoll, Bernard. Stadt der Asche. Stadt der Asche. Ja. Ja. Ich bin mir jetzt halt da nicht sicher, ob der Spaß in dem Spiel, der komplette Diver auch reicht. Also. Ja. Da wäre ich mal da auch nicht so sicher. Ja. Und gerade du kannst Astronieren gehen, was es da nice gibt. Da gibt es leider nichts nice. Puh. Ja. Ja. Das ist halt ESV. Das kann hinaus. Guck, was die Statistiken sind, was das beste Spiel des Tages ist. ARK Doppelpunkt. Survival Evolved. Das ist okay. ARK Batsche will ich. Das wundert mich. Ja. Das ist ARK ULOPUS. Du kannst halt. Das ist ja. Qualitativ gut gemacht. Saugeile Grafik. Und. Endloser Grind möglich. Leveltechnisch. Und du levelst wie ein Ochs. Und. Dann kanntest du meine Mutter. Und die beste Dinosaurier zu packen, musst du schon grind, grind, grind. Außerdem hast du es schon. Und. Hab's nicht. Hab's nicht. Ja, nicht direkt. Aber du kannst. Mit Tova Teso batschen, kann ich's nicht batschen. Wieso? Mit Tova Teso. Natürlich kann ich's dann batschen. Ne. Doch. Ne. Doch. Nein. Doch. Wenn sie in einem Steam schnell ist, kann ich's nicht batschen. Doch. Nein. Doch. Nein. Glaub doch. Doch. Wie soll das gehen? Doppelklick drauf. Doppelklick drauf. Doppelklick drauf. Brauche dich kein Doppelklick zu machen. Ich hab's schon gemacht. Bei anderen schnell. Hahahaha. Wir schauen sie. Wir schauen sie. Hilfe. Danke. Oh, was ist denn mit dem? Ähm. Jetzt lässt er als nächstes. Denk ich mal. Ja. Einfach. Pam, pam, pam. Tot. Ja. Danke. Oh nein. Ich glaub der war vorhin bei uns. Und hat ein Eis gehackt. Die Mörsi hat noch, äh, ja. Sehr gut bei einer Dihaja. Ich vertraue dir. Schieß gar nicht mehr auf sie. Jetzt ist sie gelap. Gutes hier alles kommt. Oh. Ich hab mich dort hieselt oder so. Wir hatten mal Granaten ins Gesicht. Oh ja. Und die Widow hat da einen guten Schuss verpasst. Oh. 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 Jetzt hat die einen. Sieh das? Ne. Wer? Die war auch ne. Ne. Scheiße. Was soll ich noch machen? Oh ja, ich hab... Ich hab mich schon vorbereitet. Ich hab mich schon vorbereitet. Ja, ich kann da nicht hin. Du hast die Mail. Ich hab die Mail verlangsamt. Ich hab noch eins. Ich hab noch alles. Die Widow lässt sich da. Oh ne, die Messie lässt sich peitschen. Ich bin die Messie. Oh, du bist die Messie. Lösch dich peitschen. Das kann jetzt hin! Er heckt so! Oh wow! Hattie, Hattie! Jetzt gibt es eine Abkühlung. Du willst dich nicht mehr treffen. Luf dir auf die Fähigkeit geraten. Scheiße! Scharfschütze! Seid wachsam! Travis Nonbombe bereit! Pffff! Scheiße! Die Stunde hat geschniggelt. He? Ah ja, ich hab's nicht reflektiert und ich hab's nicht gematzt. Oh nein, das war... Das war schon mal. Und die wieder trifft da immer. Oh la la... Kann nix machen, geht der Kutz, ja, ja, brennt wie ein Ops. Ah, sie wird halt mal wieder in den Kopf. Tschüss. Hä? Wer ist denn aus? Die Diva ist denn aus? Ah, was kriegen sie stattdessen? Oh. Ah. Jo. Du musst was sehen. Pam, pam. Pam, pam. Das reicht. Äh, okay. Ja, jetzt kann ich halt nix machen. Ja, das spielt einer. Drecksau. Nein, die Uwe da... Oh nein. Ah. Ah. Alter. Uuuh. Häpfel C. Jaaa, jo. Pfff. Pfff. Guts ja, Alter. Ist das ein Hacker, oder? Geht drauf. Oh, noch falsch? Oh, noch falsch? In der Alcatraz? Ja, gar net. Ah ja, kaum. Wer da aus ist, den Diener, dieser. Pfff. Haha. Ha, 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 ha. Die Fracht hat den Chatpoint erreicht. Nicht so eins, denne so. Buh. Aaaaah. Ah, meh. hmmm, hinter uns, hinter uns ist der Magree, der macht gleich Ultien, jetzt sind alle tot ja, aber da ist er geht der Strahl so weit unter der Scheißseier, was ist denn der einfach, so weit war ich weg ah ja, man kann nicht entkommen, ich dash weg und es trifft mich aus oh ja schon wieder in die Kopfhundung, ach sehr gut, oh Spaß ja jetzt noch mal oh ja da, der München macht ja gut, ja, oh ja wo ist der eigentlich oh, leck ja, bitte ich weiss ja auch nicht, ob mir das gerade Spass macht, Rocket League hm, ah, er schießt noch von den über zwei Mal in den Kopf oh ne, die Widow steht da alles noch drauf, ja das soll ich muss Pst, hehehe ne, die Vayne wird umscher gewaltiger jetzt gewinnen wir's ne, der latzt mich einfach und wer dann, der Magree? ja aus der Entfernung, komm ja, das wäre ich leichter er schießt wie Widow die Fracht klärt sich ihre Säure kommt der Kea Bässe, Mann von ihm mit mir stirbt keiner mehr der brennt der brennt die, ey, irgendwas Emelie, irgendwas oh ne oh ne kutz ja ah ja danke kutz ja die Stunde hat geschlafen jetzt kommt die Zaia wieder und wenn ich rauslaufe, lödt sie mich langsam tot und jeder guckt zu die Fracht wurde gestoppt es muss weiter gehen es muss weiter gehen wo ist die Rüder? ist jemand wo Rüder ist? oh ja, aber doof, rechts aber doof die Zaia lödt mich ab am Auto das tut gut Gut sieh all cada was, gut die Allgadrorst Die zahl erlöt mich wieder ab einfach die zahl erlöt mich wieder ab einfach großkontakt, Kinder, ich bin so lang ich bin tot, immer, ich laufe in meinem Auto tot bang, tot, 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 tot gut, achtung du meinst, bin fast tot Wollt noch mal kurz rausgucken, da einer ist, dort! Oh, dort! Ne, ne, wo ist er? Ich kann nix machen, ich weiß nicht, was ich mache, aber... Ich mach das Schwert da, mir langt's einfach. Ich tups wie ein Ochs rum. Ah, ja, achso! Also... Und mir sicher geht, dass der McQueen... Die Zeier lügt mich ab! Ich will mich immer so, so langsam doof! Null aufgeladen und einfach nur den München-Strahl. Halt mich, Leute! Halt mich, Leute! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Echt? Mal wieder... ein klasse Spiel, also... Nice! Hier, einfach... Highlight des Spiels! Kutzja! Wow, Kutzja! Kutzja! Das ist wie Xbox! Die Stunde hat geschlagen! Oh, weißt du, was hat er wohl des Öfteren dann gemacht? Jo, anschein' No, aber ich war nie dabei! Nur am... Siebende Fetcher Zeppes! Das ist nur... Siebende Fetcher Zeppes! Siebende Fetcher Zeppes! Das ist nur... Siebende Fetcher Zeppes! Das ist nur... Ah... Oh... Kommt jetzt die ganze Aggression her! Wie kann man sie nur Fetcher Zeppes haben? Naja... Jetzt halt mal probiert! Beziehen Sie Verteidigungsstellung! Wählen Sie... Oh, ich will nicht noch mal gehen, Alter! Ey, ich leg... Die Kutzja weg! Hallo! Ich konnte cashen nicht beobachtet! Das habe ich! Alles, 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 alles! Das habe ich... Als der Isch Hat mir eigentlich ganz gut gefallen... Was? Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, geil. Das habe ich doch auch gehabt, oder? Kann sein, dass du das hast, ja. Also ich hatte es aus dem und dem Grund. Was ist denn das für eine Plattform gewesen? EA oder was? Mittlerweile gibt es auch auf Steam, aber es war nicht. Es war auch Ubisoft Uplay, muss das gewesen sein. Habe ich das auch? Das weiß ich nicht. Das hätte ich schon müssen sehen. Das war witzig gewesen, ey. Ah, du ist... Ah, das wird zwar schon so viel geschnert, weil du das Free... Wohren das? In der Sinn? Aber, aber das ist aber etwas, was nicht im Steam Free, oder? Oder doch. Weil ich habe gerade Steam Shards. Ich glaube im Uplay-Ding steht drauf. Und das wird alle im Steam schon 50.000 Ich nenne es gerade. Halten Sie die Pracht auf. Wie waren das? Haben doch immer Bots angegriffen, oder? Ah, da konnten wir ins Haus gehen und Bots... Und, ne, äh... Das ist GDG-Menschen, also... Wie CS dann, sagt ihr. Dann werden wir dann einfach vergewaltigt, ne? Ja. Geil. 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 Oh, das ist schön, ey. Ja, ja. So war es. Oh, was. Obes, gleich zube ich knalle? Oh, das war es mit dem Geld. Komm. Rufch. Rufch. Nmpf. ZGO! Binh! Vierst du Lämm? Uh! Oh, juni! Oh! Ha, ha, ha. Mein Altbett! Hey! Der Geschütz des Level 1? Ja, auf 30. Hm. Hm. Was ist denn? Kehrt er mein Gesicht? Sender Cage. Triple X ist das. Oh. Wahnsinn ist wohl durch. Ja, jeder ist durch. Hm. Der Krieg geht weiter. Knappt euch die Rüstung! Hm? Ah, süß! Boah. Ah. Ich geb nicht auf, bis der Job erledigt ist. Bäh. Kann nur bitte eine, eine Akkutzi anmachen. Und ne Fertschatz jetzt. Da. Hä? Hä? Ich baust die Rüstung, das ist kaputt. Ich baust die Rüstung, das ist kaputt. Ich baust die Rüstung, das ist kaputt. Ohhhh. Ja, die Vergralschung ist so hart. Regale. Immer. Kommt der Roadhog. Einfach irgendwo. Ich hafte da hinten rum. Guckt jeden und peitscht den Tod. Ich hab dich im Visier. Hm. So. Das war's. Die Roadhog. Das ist gar netzig. Ich bin jetzt leider an, die drei Fertscher selbst da net drauf gekommen. Du hast eben nur Fertscher. Ah. Den hab ich nicht gepackt. Ja. Wohohoho. Nice card von der Sombra. Ah ja. 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 Willkommen in... Was ist denn überhaupt? XCOM 2? Ist das Multiplayer? Oder? Wunder sofort. Ich fang. Weihnacht, was ist XCOM2? Keine Ahnung, aber ich hab mir vielleicht gesagt, Guck, das hat jetzt nicht cooler Piss ausgesehen. Ja, das kostet halt auch 50 Knaller, wenn es nicht im Humble Bundle ist. Es hat ein mehr Spiel, aber was da abgeht... Was, das hat ein Multiplayer? Ja. Wo? Es hat 60 Gig, das schnell. Was dann? Wenn man sich sieht, schlägt es gerade runter. Oh, okay. Ah ja, hat es das. Was kostet das im Bundle dann? Was dann? Was man hat, hat man. Was dann? XCOM. Gibt es glaube ich nicht mehr im Bundle. Oh. Der Charme hat das glaube ich irgendwann mal im Bundle gekauft. Das sagt, Bauern hat auch die Woche gemeint, dass irgendwas XCOM 2 hinaus mit dem Geld. Ja, ja, er hat irgendwas mit XCOM 2 geschrieben. XCOM 2. Das sind das Defense oder so. Das hat gar keinen Sinn. Hm. Hm. Ja, aber der ist ja was weiß ich wo. Ben hat das Schafgau. Verstehe ich nicht, wieso man freiwillig ins Ausland geht. Ja, weißt du. Hätten wir schnell an der Zeit. Müsste mal Geld zahlen, dass ich wo hingehe. Ich weiß nicht, ob ich noch schneller will. Das ist schon so offen. Was ist denn? Ich bin auch nicht bei der Jüngste. Oh. 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 Ich habe es dann geerbt. Ja, er ist nah aus, dann hatte ich mit dem jetzt schon noch Silber. Verstehe ich nicht. Oh, was ist mit der Erde? Nee, hopp. Äh, jetzt sei mal ne, jetzt sei mal ne. Lasse Bernhard. Da tut sie da. Ja, hopp. Äh, aber nein. Es werden noch zwei, wenn alle sterben, obwohl noch nichts ist. Nein, nur noch der Genji. Ja, es sind in weiterer noch vier, die Genji. Oh, mal gepackt. Scheiße. Ja, aber mein Kerl, also wird jetzt jeder langsam, aber sicher. Warte mal mit Evolution, oh ne, Mann. Ey, komm. Mach dich jetzt ne lächerlich. Warte mal mit wirklich kurz Zeit, Evolution. Ne, also... Die Gold-Dealer habe ich schon die ganze Zeit, ey. Lass ich mir nennen, ne, Mann. Jawohl. Klasse. 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 Nein, das ist doch noch drin. Die kämen ja einfach gewaltig. Oh, ne, rennen da einfach fort. Ne, jetzt wäre man gierig. Ne, he, he, he. Ne, he, he. Oh, ne, die Big. Oh, ne, das war schon gierig. Oh, ne, ho, ne, ho, ne, ho, ne, ho, ne. Oh, hop, ich war net mit mir, ich war bestrotzt und bestraft. Von was? Ey, die Genji hat da rechts nicht geschossen. Nein, er hat auf die Lieder. Der Roadhook hat voll drauf geschossen. Nein, Hoppe hat gestorben, ich bin durch Helix-Rakete vom Genji gestorben. Ok, ja, das kann sein. Na ja, Hoppe, wenn du... ...einen Haufen Leid ziehen und den Polk kriegst du sie hin. Ja, aber ich verstehe nicht, warum so schnell wie ein Handelband gewesen ist doch... Kommt weg, Kost, oh, oh. Per 10 Euro, mal fahre. Ich habe zuletzt eine halbe Stunde von Watch Dogs 2 geballert. Und das ist... ...schun! Das ist geil. Das hat kein Multiplayer, oder? Weiß nicht. Wenn du diesen Codeball bekommst... Wow! Ja, das hat's nicht mehr. Ja, geil. Kfti, Xbox. Und dann? Einmal Halo-Code. Waaah, Halo! Richtig schneller zu halten, oder? Es gibt nichts, das nicht gut ist, oder? Oh, mich hält nicht der Heide muss noch einmal. Gute Frage auch da mit dem Watch Dogs, muss ich mal aufpassen. Also, ne? Wir haben so viel Heilung, dass die Terza mich langsam aber sicher über Entfernung dort peitscht. Oh, Söbel! In der Hauswinkel! Ich peitsch drauf, ich peitsch drauf! Unser Genji hat sich selber gelotzt, sehr gut. Oh, schon wieder. Ich hab schon Stand-VP gemacht, aber die Ratze erpalt mich langsam tot. Na, kommt... Eher wie ein Oxrim gestürmt. Übrigens, Alter. Ich kann auch nicht. Ich kann auch nicht. Ich kann auch nicht. Ich kann auch nicht. Wann du's n'aushaust vor Watch Dogs, hau ich's auch n'aushaust vor Watch Dogs. Ich hab's n'aushaust vor Watch Dogs. Ich hab's n'aushaust mit der immer allein. Wann soll ich das Kase jetzt? Ich bin nur Pust. Nein, das hat's n'aushaust. Oh, ich hab noch was zum Geier. Hab ich noch n'aushaust? Hab ich noch n'aushaust? Oder was? Oh, oh, oh. Oh, die Stutz ist echt besser als GTA. Kann ich nicht sagen. Ja. Wow. Ja, ich geh in die Puck. Ich hab dich immer gesehen. Oh. He he he. Was ist denn? Ich komm' dir weggehen. Ich sehe es echt leid, aber die tun sich so hart plötzlich verdänen, dass nur einer stirbt. Nein, leid. Meine persönliche Leistung ist jetzt gerade nicht so stark. Ja. Wenn ich jetzt noch mal vorkam und in Position kam, kann ich gleich das erste Mal mein Ulti überhaupt von Magritte zünden. Die Genji lässt mich jetzt. Ist das auch normal, dass ich so langsam totpatsch und nicht mehr andersweise irgendwo ein blauer zu sehen ist. Oh. Jetzt, jetzt, jetzt kann ich. Jetzt sieht man, wie ekelig die Trotzauber. Das ist ja das, was er uns auf den Schmiss hat. War eigentlich gar nicht mehr so wow. War das wow oder eher nicht so wow? Jetzt hat er Angst schon an mir, zurecht schon da, Rainbow Six, ey. Bernhard, hä? Bernhard? Oh. Der ist eine Verstärkung, hole. Hä? Bernhard, hallo? Ja, ey, wie im Rainbow Six. Hast du gerade noch eine Ausschneide, oder? Ja, das ist schon vorgeschnitten, war wie ein Esel. Das kann ich nicht machen. Das kann ich noch mal machen. Das war wie ein Esel, Ent sugarschelte. acquisichtlich. Ich 부분이 noch also ein Esel zum Beispiel. Ich im Alsos Sicher, das kann man nicht mehr verç lick Matchenballatet. Ich Letterabald. Ich bin jetzt mal einfach benefits. Zora, Zora ist doch was Menschen mit Nein Einfach an den Kommen Nein Nein Oh, die Ferra ist in Anze Feindliches Geschütz voraus Hey Feindliches Geschütz ausgeschaltet Die Kraft muss zu ihrem Ziel Feindliches Geschütz zerstört Ich hab noch 30 von mir, oder? Besten Dank Mein Pfad vereint sich mit dem der Fracht Gehrechtlichkeit, führt die Hand Feindliches Geschütz voraus Feindliches Geschütz ausgeschaltet Mh, da Anze ist in Anze Ja, da ist in Anze Wer müsste in Anze sein? Mh Habe ich mich wohl undeutlich ausgedrückt? Da Anze, der ist in Anze Also Anze wäre, können sie behördeln Star Anze in Anze An dir kommt keiner vorbei Lasst uns loslegen Oh Ja, das macht Spaß Ich weiß, ich hab einfach so's Schwetter gemacht Zwar nicht viel Habe ich Ich hab gedenkt, aber waren 2-3 Stücke Mal zu ner Kern Fad des Geschmolzener Kerns Was wollen sie n Do machen? Was wollen sie n Do machen? Geschmolzener Haaah Ah, die Meer rennt doch rum Peter, du Peter oh der peter seine goldene pavpavs der exul mit seiner goldene pavpavs ja der mcgriefer gewaltigte ihn jetzt bengho das war's gelatzt nicht mehr, wenn du was gelatzt kriegst, es war eine Liebigkeit der tötet, aber das war's nicht ich hau gefühlt jeden Aro, noch keiner selber gelatzt häh? oh lege gewinnen macht keinen Spass du, tja, das war immer echt egal, das gameplay bestimmt, was man jetzt sieht das schnell war so, oh das schnell war so behindert, dass dieses blähte game hab ich nicht häh.. häh, hh, häh, häh bengho!! bengho!! ha at lk häh hi häh 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 da sitz mir einfach, wie er da hat da, wie ein mann, oh ich hab 17er, die ist gerade häh bengho!! und, meinst du der real bengho!! wenn du eine torbe auspackt dann traust du dich nicht nur sie nehmen das wäre ein bisschen nur noch gold aber ansonsten wäre ich auf jeden fall grandfaser ja aber ja komm mal 30 minuten das ist überhaupt nichts der ist so weit unten dass er gerade noch so oft dass du nicht scrollen musst soweit unendet die musikquote sicher 37 prozent alter müsste eigentlich auf alle fällen wie ich im saur aus was ist da in der du drin die war ziemlich kabel drin ja das diese kabel drin gewiss das läuft damit 200 die putzfrau weg machen muss hab kein putzfrau ja aber leid benno da werden meine überhaupt geschmolten der okay ja das muss nur auf level 2 kommen und dann 3 kohlen lang r Xander? Xander, ne? Ja. Wo können wir das, hä? 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 Halt doch jetzt, oder was? Hä? 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 3, 2, 1, Angriff beginnt. 7, 7, 1. Beno warte auf mich. Warte. Ist das ein Tyrant? Hä? Ist es weg. Jawohl, das ist ein Zwischen tot von. Beno, passt die Tyrant auf! Komm her. Ja. Hehehe. So, ich bin noch rein. Oh, wir finden aber Füßler, Nummer 3. Oh! Ne ganze. Geil. Oh, er hat Platz D, der fliegiert. Wo ist es Töte gewesen? Ist es schon wieder weg gewesen? Das ist neu gebaut. Mit Null in allem hat man nix, hat man nicht irgendwo gehaut. Noch. Inhalte. Mit Null! Weil mir ist es noch ein Spikerert. Unklarer. Ja, früher. Mit Null! Wie? Wir haben es hier? Wir haben es hier. Ein Schuss. das ist ja 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 es ist alles kaputt damit ja ich wünsche ich ja direkt gespricht von hinten das an dir jetzt geht es bäh schneckleider von der kässe alles zwei sniper die beste Das ist ein Kern, da außer mir kann noch ein Punkt. Steht. Geschmolzener Kern. Besser geheimt. Steht. 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 Pff. Pff. Wow, Bennett, du musst eigentlich auch, wenn du nichts siehst, die Strahlen vom Töpist. Das ist ein nice, ey, voll. Ja. Hääääh. Das ist so unfair! Alter! Das ist so unfair! Oh, tot! Leck doch 100 Bruschen, deine Beatrix hat er da! Oh, der hat ein Blitz gelatzt! Den haben sie da! Oh! Oh, der Papa-la-bap, ey! Ja, congrats, jetzt haben sie alle und ist gezogen, um uns von unserem Spawn zu vertreiben! Da rechts ist noch ein Gebock! Oh, fuck, ey! Oh, fuck, ey! Oh, fuck, ey! Oh, fuck! Oh, fuck! In dem G-Bop! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! ich hab mein Turret auf das Ding gestellt und dann haben sie direkt U-Dies gezahlt, was ist g'see? das geht nun nicht zu hart was ist ja? war vieler machen ja, das war wieder ich zahle ich hier viel bleib steh, bleib steh von mir kann sich niemand verstecken wir müssen die Fracht bewegen ich hab dich im Visier tch, spitzender Kerl fahr, du scheiß Auto fahr, ja fahr da steht er, der Bock, ey Alter, die Genjis, der Bock 100% Genjis, der Bock du bist ganz allein, oder? du bist ganz allein, oder? entsteht das doch die Hülle? du bist ganz allein pappalapabs, und du brauchst du nicht jaja geht schon, ja mir stirbt keiner weg Sie sind noch Köln am Köln! Du schnitt mal nicht vor! Du schnitt mal nicht vor! Viel schmolzen ja! Gern! Geil! 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 Ich glaube ich mache jetzt mal Pause! Das ist eine gute Idee! War das jetzt gerade Ammo? Nein, das ist keine gute Idee! Und Ammo und das ist eine gute Idee? Nein, das war ein paar von beiden eine gute Idee! Okay! Rainbow Six Siege, 50% Rabatt! Jetzt kostenlos spielen! Bis Montag Bernhard! Bernhard! Jetzt kostenlos spielen! Raus mitm Geld! Raus mit! Klingt alles nix mehr! Sie betreten jetzt Hanamura! Abgegeld! Der Vonto ist voll! Ich schlag jetzt mal, ne? Und den muss man probieren, oder? Ja, der League Big! Ei, äh... Rainbow Six oder was? Dick Big Dann hast du das geladen oder was? Dick Big Ich hab's auf jeden Fall geladen, ja Ei, sauber, dann lad es noch da bin er da und dann können wir da raufhangen, oder? Auf jeden Fall, ey Dann runterladen, he? Ich hab Rocket League schon runtergeladen Ich hab... Rock League mehr? Raus Achtung, ich start's jetzt Bin drin Achtung, ich start's net Oh, jetzt sind wir schon zu zweit drin, ja Dann hat er Muss ich noch uriniere, ey Dann hat er Wenn du, schnäschst du mit? Ajo, ey, Rocket League Ne, das könnte witzig wäre Das kann ich saugut Ach du Bier gehämmert Even Als We Ab We Vielen Dank.